Kommerzbankscut, Samstag, 10. September 2016 beim Sportbund Fersbach, Lokal-Mattertor Sebastian Strobl von Fersbach gegen Stuni. Dritte Runde. Ich führe noch nicht so lange wach wie hier, da habe ich noch nicht mehr gehört. Ja, 10 Jahre Fußball. Gehen wir mal Haken weg. Es gibt ja schon viele andere Anfragen, die ja auch so viele Chancen machen. Aber ja, der bleibt gewinnen. Genau, wir bieten letztens. Ich weiß nicht, ob das Bier gewinnt ist. Eigentlich ist das Bier gewinnt. Die bieten jetzt davon, die spielen auch noch ein bisschen an. Aber ich sag ja, es ist immer Video. Alkohol macht Mönne wohl, Mönne wohl. Wer kann zu Alkohol? Ich könnte mal sehen. Ich bin die Schäfer der Dosen. 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 Ja, aber es ist auch ein bisschen. Ja? Nein, ich bin die Schäfer der Dosen. Kann man da nicht so machen, ne? Also nicht der so weit, ja? Da ist damals auch nicht so. Stattmann.